Es gibt die neue Lichtgestalt Martin Schulz. Ja, seitdem hat sich viel verändert. So kann ich doch einen Hoffnungsträger nicht anpreisen. Das hätte ich ganz anders gemacht. Ich hätte gesagt, warum sind 99% der deutschen Frauen unbefriedigt? Weil Martin Schulz nicht überall sein kann. So einen Mann, den muss ich als Sexgott etablieren, hatte ein schönes Konzept. Ich habe mir die alten Chuck Norris Sprüche angeguckt. Da war viel Schönes bei. Ich kann es ja machen. Martin Schulz braucht kein Benzin. Sein Auto fährt aus Respekt. Wenn Martin Schulz die deutsche Bahn nimmt, kommt er zu früh an. Peter Zweigert hat Schulden bei Martin Schulz. Martin Schulz trinkt seinen Kaffee schwarz. Ohne Wasser. Martin Schulz braucht keine Uhr. Er entscheidet, wie spät es ist. Martin Schulz hat die Leitung am Berliner Großflughafen übernommen. Eröffnung Montag um 12. Ja.